Moinsen, das ist Stefanie. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute, pass auf, heute machen wir mal was ganz wildes. Wir sind nämlich auf der CMT. Guten Morgen, Happies. So, wir haben es ja jetzt, warte, ich glaube, 3 Uhr nachts. Ich habe gerade zwei Stunden geschlafen oder so. Ich konnte halt nicht einschlafen, ich war so aufgeregt. Ich mache mich jetzt fertig, weil ich muss ja rechtzeitig beim Flughafen sein. Mein Flug geht um 6.40 Uhr von Hamburg nach Stuttgart. Und dort werde ich dann den Stefan treffen und den Matze überraschen. So, ich würde mir jetzt erst mal schnell ein Espresso oder vielleicht noch 2, 3, 4, 5 andere gönnen. Und dann geht's los. Ich bin gespannt. So hätte ich nicht gelangen gekommen. Ich zitter ein bisschen vor Aufregung, weil ich mich so sehr freue. Ich glaube, das habe ich schon gefühlt 100 Mal gesagt. Aber es ist leider so. Es ist so. Der Flug war wunderbar. Top. Also kann ich echt empfehlen. Hamburg, Stuttgart. Kurze Strecke. Zickzack war ich hier. Ja, jetzt warte ich auf Stefan und Matze. Matze weiß halt noch nichts. Ja, ich hoffe, ich kann das nachher einfangen, wenn wir ihn überraschen. Wir wollen uns nämlich am Eingang, muss ich nachgucken, Ost treffen. Und ja, mal gucken. So, ich bin da. Ich habe eben schon mit dem Stefan telefoniert. Die kommen jetzt gleich hier irgendwie im Parkhaus an und dann wollen wir uns hier treffen. Und ja, ich bin immer noch aufgeregt. Ja, wie gesagt, habe ich schon eine Million Mal gesagt. Dürft ihr heute noch öfter hören. Ich freue mich einfach tierisch. Meine Finger fallen mir gleich ab, weil es einfach so bitterkalt hier ist. Ja, dann mal gucken, ob gleich die Überraschung kommt. Ob die Überraschung funktioniert. So. Matze. So, jetzt sind wir mal reingehüpft in die gute Stube. Und jetzt, jetzt wollen wir dich mal mitnehmen auf so eine kleine Reise über dieses ganz schön große Areal. Und wollen wir mal gucken, ob es nicht tatsächlich so das ein oder andere gibt, von dem man sagt, boah, das ist aber für so einen Camper mal wahnsinnig interessant. Ich bin selber schon wahnsinnig gespannt. Ja, schon ein bisschen freudig erregt. Und bevor wir lange rumschnacken, zack, geht's doch erst mal los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, nur noch mal kurz zur Erinnerung. Ich fahre dieses Auto und ziehe damit meinen Wohnwagen. Und bei dem Wohnmobil steht mein Auto quasi drin. What? So, jetzt mal ein bisschen behind the scenes. Jetzt seht ihr mal, wie so ein Video entsteht. Guckt ihr nachher? Da ist er. So entstehen die Videos bei uns. Ja, manchmal glauben Leute ja, ich übe das alles und lerne das auswendig und habe mir ein großes Script geschrieben. Nee, stimmt nicht. Alles, was ich sage, entspringt in dieser Sekunde dieser geistigen Krankenmasse da oben in meinem Kopf. Guck mal, jetzt informiert er sich, der Herr Günther. Jetzt geht's ab. Es ist ein moderner Garamenspaar und geht jetzt im Alltag jeden Fall. Gut, gut. Leute, es gibt hier so viel zu sehen. Das ist der Hammer. Guckt euch mal dieses Schiff hinter mir an. Oh! Es ist der Hammer. Und das ist so cool, Matze weiß voll viel. Aber es ist ja auch sein Job, ne? Guck mal da. So werden Konzepte überlegt. Quatsch. So, und jetzt wieder ein bisschen behind the scenes für euch. Da ist er. In Action und stellt euch diesen wunderbar zuckersüßen Wohnwagen vor. Ein Eriber-Troll. I'm in the law. So, das ist sogar ein Ablässen. Steffi kann bestätigen, ist der erste seitdem wir uns kennen. Der stellt nur Fragen, der kauft sowieso nichts. Schöne Grüße aus CMT Stuttgart. So, das sind nämlich die Profis, die erkennen das immer sofort. Ja, das ist so Kunde. Hier gibt es auch so ein Buch, Störfallkunde. Das haben die beiden gelesen. Weiter geht's, komm. Wir haben die Deichselwaage, Stützrasse, oh scheiße. Na ja, dann, weiß ich nicht, schwing dich ganz schnell hin nach Essen. Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Der Stefan ist hier. Herzlich willkommen. Ich mach gar nichts. Du hast viel mehr gehabt. Sie hatte doch bestimmt mindestens 28 Mal auf. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen. Boah, das ist ein Miststück, ist das, ey. Ich mach gar nix. Dir ist nichts Feinlich? Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Wir wagen mal einen kleinen Ausflug in unbekanntes Terrain. Ja, wir sind ja so die Caravan-Profis. Also ohne, dass der Name jetzt vielleicht geschützt ist. Scheiße, Mann. Der Baum, ich geh im Wind. Du bist im Wind. Ich blähe im Wind. Boah, Scheiße, Mann. Moinsen, Stefan ist hier mit Melanie. Ja, auf damit. Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute machen wir mal Coco. Coco. Und zwar, Scheiße. Hast du gesehen? Wer nicht, sag ich's dir. Coco von Detlefs. Und was er so, Tannen und, äh, Tannen, Tannen, ja, Tannen. Gib die Tannen ein. So. Jetzt bin ich mir mal ganz lässig reingesprungen in diesen unfassbar großen Wohnwagen. Übrigens, bei dem handelt es... Nein, ich hab... auch da. Ja, ich hab... Ja, aber... Ich kann es nicht mehr sagen. Moinsen! Hallo! Stefan ist hier. Das habe ich vergessen. Wir sind nämlich hier gerade bei Detlefs. Detlefs, oder? Ja. So! Das war's. CMT in Stugitorn 2019. Ein paar kleine Impressionen mit... Matze. Matze. Und? Melli. Stefan. Und jetzt sagen wir Menschenhütes haben mir jetzt gar gekocht. Es waren zwei ganz schön lange harte Tage. Aber ich hoffe, dass wir so ein paar Sequenzen ordentlich aufs digitale Teleloid gebannt haben. Und jetzt geht es für uns ab nach Hause. Und dann bleib du uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal, wenn du es wiederheißt. Herzlich willkommen bei Happy Camping. Und oder... So! So! Tschüssi! Tschüssi!